Es geht um diesen kuriosen Effekt. Schmeisst man die Cowboy-Bons in Cola, schießt innerhalb von Millisekunden eine Fontäne aus der Flasche. Ich hab ne Idee. Dem unglaublichsten Einbruchsmythos der Filmgeschichte. Wir haben noch nie so viel gemacht, nicht einmal annähernd so viel. Das ist das Größte, was wir je gemacht haben. Wir schauen einfach, wo ist neues Potenzial um uns herum. Wenn wir erstmal sauer anstecken, total der Wahnsinn, dann ist das Zeichen. Das kann man gar nicht richtig festhalten. Siehst du, ob es Opfer gut ist? Einfach nur schauen, ob sie okay sind. Du musst sie ja nicht heiraten. Schau, der ist nicht gut. Um das zu verstehen, müssen wir zurück in den Zweiten Weltkrieg. Dort machte ein US-amerikanischer Arzt aus Kansas eine erstaunliche Beobachtung. Trotzdem mache ich weiter. Aber nicht in Schweden, sondern in meinem Werk Krümel bei Hamburg. Dann gab es wieder einen Zwischenfall. Ich werde die neue Mischung Dynamit nennen. Nach dem griechischen Wort Dynamis für Kraft. Ich werde die Mischung Dynamit nennen. Der ganze Werteraum, in dem normalerweise das Geld liegt, zerstört. Der ganze Werteraum, in dem man in den Zweiten Weltkrieg. Das ist der ganze Welt. Die Mischung Dynamis für Kraft. Und das ist der ganze Weltkrieg. Los, mach auf! Aber geil, ich hab's getan! Jimmy! Jimmy! Die längste Wassermutsche der Welt! Boah, das kann man doch nicht machen! I say congratulations! Glückwunsch! Jetzt bist du ein Mann! Und wie war's? Super! Vielleicht nochmal? Komm schon mal!